Hallo, in diesem kleinen Tutorial möchte ich zeigen, wie einfach es ist, ein Update bei Agile Care einzuspielen. Sie bekommen ja öfter Updates und das ist für den Fall, wenn Sie die neue Datei start-usage.html eingespielt bekommen. Und das erläutere ich Ihnen hier jetzt sehr gern. Also, Sie erhalten eine E-Mail, da steht, sehr geehrter Herr Mustermann, ich habe ein neues Update für Sie, es befindet sich im Anhang dieser E-Mail. Bitte gehen Sie wie folgt vor. Erstens, umbenennen der Datei start-usage.html in Ihrem Computer im Ordner c.backslash-agilecare zu start-usage-alt.html. Zweitens, download der Datei start-usage.html aus dem Anhang dieser E-Mail. Drittens, kopieren Sie diese Datei in Ihren Ordner c.backslash-agilecare. Viertens, starten der Anwendung agilecare-app.ja, wie immer. Ich wünsche viel Erfolg. So, das ist immer schnell vorgelesen, immer schnell getan für die Leute, die es leicht können. Ich möchte jetzt so ausführlich zeigen, dass Sie das auch Schritt für Schritt nachvollziehen können, auch wenn Sie kein Experte sind. So, an dieser E-Mail angehängt, sehen Sie hier die Datei start-usage.html. Die laden Sie aus dem Anhang herunter. So, das ist damit erledigt und sie landet im Download bei mir. Ich hoffe, dass es bei Ihnen auch so ist. Ansonsten müssen Sie das jetzt von einem anderen Ordner machen, was ich Ihnen jetzt zeige. So, jetzt starte ich den Windows Explorer. Dazu gehe ich auf links unten, auf die Windows Start-Taste, drücke den rechten Mausklick und wähle aus Windows Explorer. Dann sehen Sie die Laufwerke Ihres Computers, zum Beispiel C. Ich mache jetzt Doppelklick auf C und sehe dort die Datei agilecare. Entschuldigung, dort sehe ich den Ordner agilecare. Dann mache ich einen Doppelklick und dort finde ich eine Datei start-usage, also start-usage.html. Die soll ich umwandeln in start-usage-alt.html. Jetzt sehe ich hier, und Sie sehen das auch deutlich, dass es diese Datei schon gibt. Wenn es die schon gibt, dann löschen wir die einfach, indem wir rechten Mausklick machen. Das war der rechte Mausklick bei start-usage-alt.html und wir wählen aus löschen. Also wir markieren das, wählen aus, rechter Mausklick und löschen. Sie sehen hier löschen. Es wird nochmal gefragt, ob wir wirklich löschen wollen. Wir konzentrieren uns nochmal darauf, dass es wirklich die start-usage-alt.html ist. Und dann gebe ich ja. Dann ist sie weg. Jetzt können wir die bestehende start-usage.html mit dem rechten Mausklick wieder markieren. Und jetzt gehen wir zu umbenennen. Jetzt nicht zu löschen, sondern zu umbenennen. Klicken hier rein und machen daraus den neuen Dateinamen start-usage-alt.html. Betätigen die Enter-Taste und dann ist diese Datei vorhanden. So, und ich hatte ja gesagt, den Download aus dem Anhang der E-Mail habe ich untergebracht in Downloads. Und da sehen wir sie auch. Hier sehen wir die Datei start-usage.html. Rechter Mausklick und jetzt kopieren. Jetzt haben wir sozusagen start-usage.html kopiert. Und jetzt gehen wir wieder in unseren Folder oder unseren Ordner auf den PC, der auf der Platte C ist. Doppelklick. Und dort wieder in den Ordner agl-care. Und suchen uns ein freies Fleckchen aus. Drücken dort den rechten Mausklick. Und sagen einfügen. Und da sehen wir, es gibt die Datei start-usage.html. Wenn wir jetzt die Datei starten, entweder über den Icon auf dem Desktop oder über die Anwendung von hier. Beides ist gleichwertig. Dann startet die Software. So, natürlich müssen Sie das Gerät angeschlossen haben. Das habe ich hier nicht. Aber die Software ist auf jeden Fall gestartet mit den neuen Inhalten. Das war es schon. Ich hoffe, das Tutorial, wenn es auch klein war, ist hilfreich für diesen oder jenen. Und ich wünsche viel Erfolg bei dem Einbau und der Nutzung der neuen Updates.